Heute sprechen wir mit Armin Laschet. Er ist Landesvorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen, Fraktionsvorsitzender im Landtag und er war auf derselben Schule wie der Kameramann. Herr Laschet, die oder das Nutella? Die. Gib mir mal die Nutella rüber, würde ich sagen, aber ich glaube, da gibt's Streit drüber. Bildungspolitik ist wie Fußball. Am Ende liegen immer die Bayern vorne. Wie wird Nordrhein-Westfalen zum Bayernjäger Nummer eins? Ja, das ist das, was mich ärgert, dass wir bei Bildung, aber bei vielen anderen Fragen immer auf den Schlusslichtplätzen liegen und auch in Nordrhein-Westfalen gibt's das Gefühl, wir wollen auch mal die Bayern schlagen. Und deshalb klare Prioritäten auf Qualität setzen und das Ziel, an die Spitze der deutschen Länder zu kommen. Frau Kraft hat vor fünf Jahren versprochen, kein Kind zurückzulassen. Hat das funktioniert? In vielen Bereichen hat's nicht funktioniert. Die Kinderarmut ist in Nordrhein-Westfalen gestiegen, obwohl sie in ganz Deutschland gesunken ist. Wir haben große Unzufriedenheit an den Schulen, wir haben Unterrichtsausfall, so dass es auch unser Ziel sein wird, für Kinder mehr Chancen und Gerechtigkeit zu schaffen, als das heute der Fall ist. Was war das schönste Erlebnis in Ihrer Zeit in der Schülerunion? Ja, ich war Anfang der 80er Jahre Kreisvorsitzender der Schülerunion in Aachen. Wir hatten an jeder Schule Ortsgruppen, so wie wir heute Stadtbezirke in der CDU haben. Und die größte Aktion, die wir gemacht haben, war damals eine Aktion zur Stärkung der Hauptschulen. Und damals kam der damalige Fraktionsvorsitzende und Oppositionsführer, also mein Vorgänger, Heinrich Köppler in Aachen. Und das war, als ich das damals als 17-Jähriger organisierte, ein großer Akt. Und was erwarten Sie von der Schülerunion, wenn Sie Ministerpräsident sind? Also die Schülerunion ist die, die die Interessen der Schüler artikulieren kann. Das ist auch was anderes als junge Union, weil sie ganz bewusst auf die Schule und auf das Thema Situation der Schüler eingehen kann. Und ich erwarte mir dann, dass sie immer wieder mal Hinweise gibt, wie denken die Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen. Zum Abschluss, mit Hannelore Kraft kann man ja angeblich sehr gut Currywurst essen. Was isst man denn mit Ihnen? Bis vor fünf Minuten habe ich auch eine Currywurst gegessen, mit Fritten, wie das sich in Aachen gehört. Mit mir kann man auch Pizza und vieles andere essen. Meine Vorlieben sind sehr breit und in dem Teil, in dem Nordrhein-Westfalen, als ich gerade bin, gibt es viele Spezialitäten. Das ist gut. Vielen Dank, Herr Laschet. Okay.